Okay, hab jetzt auch gestartet. Okay. Ich kann sie ja dann noch immer noch schneiden. Mein Spiel lag ein bisschen. Gut, jetzt. Ich kenn das, wenn man dann ins Menü geht oder so. Dann hängt kurz der Ton und das da 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 da. Also Leute, ich mach mal kurz Angekündigung. Wir spielen Left Over Dead weiter, heute mit der Kampagne Silent Hill, Auto Set of Life. Wir haben den... Lord Mokul. Hoi. Und den Chris. Hallo. Der Chris nimmt auch noch mal auf. Das Video wird dann auf seinem Kanal zu sehen und in der Beschreibung stehen. Irgendwann. Hm. Ich weiß ja nicht, wann du es hochlegst. Ich glaub, er lädt dann wahrscheinlich nächste Woche hoch. Aber ich will nicht böse sein. Ich muss mal gucken, auf was ich das dann plane. Ja. Erstmal die ganze Schneidarbeit. Das ist nur zu. Dann ein Exit. Dann muss ich mir ja ein schönes Thumbnail suchen. Hm. Wie wärs hier mit? Mit dem... Ladestreen. Weil die eine hab ich hochgeladen, da hab ich ja dann einfach das... Ich sag mal so das Artwork, was am Anfang kommt. Dieses... Poster, könnte man sagen. Da nach sowas gesucht. Und dann einfach dann den Kampagnennamen dahinter und dann... Nummer und so. Kann einer von euch lesen, was da unten als Zip steht? Nö. Meinst du hinter unseren Rollen? Hinter meinem Namen. Oh. Okay, ich dachte ich hätte die... ...Matte rausgenommen. Scheiß drauf. Wat? Lol. Es sieht... Das ist so... Meine Taschenlampe. Meine Taschenlampe ist cool. Also ich dachte ich hätte jetzt eigentlich die Standard-Taschenlampe... Aber egal. Scheiß drauf. Wir sind alle Taschenlampe noch normal, Alter. Was ist das? Nö. Wir sind in the other world. Wo zum Beispiel sind wir? Ja. Das ist deine gute Frage. What the hell is this place? Ja? Ist nicht okay. Da ist ein Gang. Hm. Wo? Hier? Ja. Gehen wir doch den Gang. Ich träum das nur. Ich träum das nur. Das ist nur ein Traum. Wow! Hahaha. Das fängt ja gut an. Wo ist er? Hinter euch! Ich glaub wir müssen ihn rumsteucheln. Geht mir jetzt nicht. Ich muss das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Achso sie steht ja noch. Ach. Ach. Warte. Waren wir hier gerade? Ja kommen wir her. Wir gehen noch nicht über den Sporn. Ich dachte, da war doch gerade die Wand nicht. Also da war doch gerade noch ne Wand. Wir kommen von hier. Oder nicht? Länger ran. Das ist Silent Hill. Ne. So leise ist es aber nicht. Dafür gehen wir zu viel. Das ist ein Gang. Das ist so gut aus der Tür. So. Dann geh mal durch. Wie wärs wenn wir uns aufhören? Etikett. Eins. Eins. Soll ich Rochelle verarzten oder beheben wir das für uns auch? Beheben wir für uns auch. Rochelle ist scheiß egal. Ich mag dieses. Oh. What. Geräusch nicht. Ja du kannst das doch. Leofo present. Oh nice. Ich hab sogar noch ne Silent Hill von. Oh nice. So das gehen wir zu schnell in die normale Welt rein. So. Musstil jetzt Sally. Oder? Afterside of life. Afterside of life. Und. Das sieht doch schon besser aus. Da liegt ein Nagel. Ja, Schokolade. Na. Na gut. Au. Scherker. Lade nach. du spittest ja auch noch warum spitter was egal zu den knüppel ja flotterschein schützt uns immer ins klo ich hasse das wenn plötzlich alles an die spawnen oder alles besser sonst was hängt denn da so ab ich habe ein treppenhaus gefunden ja ja lass mal hier noch die räume checken in der nächsten kampagne muss ich die schaschenlampe rausnehmen ich auch gabe newville ist unglaublich nervig oh scheiße hunter helfe was sieht das nicht denn aus nein smoke weed every day da hinten ja ich glaube ich bin raus hast du das raus ja ich glaube mein spiel ist abgestürzt das wäre schlecht aber ist dein pingu okay ach ja ich habe die knarre nicht muss vor war oder warten wir eben sonst warten wir eben und lassen dann kommt da wieder und dann schneiden wir das raus oder so wir machen aber weiter wir machen weiter dein char hat gerade die andere verarzt hat dann dann das ist bei die schokolade nicht mit das ist ein knüppel aber auch wenn die alle okay ich komme wieder rein ich kann mal aufhören die ganzen scheiß presides haben die sich jetzt zu spawnen du hast da was verloren hallo ich bin wieder da da ist er wieder ich bin krümelmonster aber naja irgendwas lautes hier sind irgendwelche zeitungen hier ist noch medikett ist man das eine von euch ich habe eine zeitung da liegt eine zeitung wo war das hast du hast es jetzt ja hier ich habe sie aktiviert alle schön checken wir sind in salentale oh people are disappearing locals are blaming the cult adrenalin ja nimm ist er noch da? ne passt hier ist noch einer du hast deine dr pepper ein monster lass mal raus gehen das hat eine schöne revolver wir sterben schön was da oben sind aber hier auf dem dark das eine sieht aus wie ein smoker sein ja 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 das ist eine fliege der jockey und ein payday 2 wagen das ist doch molly in den van in den van hier steht der van da steht payday 2 es ist ein payday 2 wagen naja oh 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 zack Ah. Vollverkackt. Tot. Überhaupt gar nicht mehr gewohnt in diesem Spiel. Ich auch nicht. Ich hör was. Nein, das ist ein Smoker. Nice. Smoker tot. Boomer. Und Splitter. Ich bin auch sowas von nicht mehr dran gewöhnt. Das Glück haben wir nicht höher als normal gestellt. Wär aber lustig. Nee. Also ich würde das lustig finden. Oh, ich hab das gerade angeschrieben. Ist mir jetzt aber auch egal. Oh, ich glaub hier muss man runter. Ja, runter? Sieht so aus. Ich weiß nicht, ob du bei dir da noch weiterkommst. Oder gerade aus der Straße weiter. Ja, keine Ahnung. Wie weit kommst du denn da noch? Äh, da vorne bei dem Auto geht's leicht schräg. Ja, komm wir mal zu halten. Ich helf mir. Ich glaube wir müssen noch den Weg nehmen. Nein. Okay. Die hat's jetzt nicht mehr. Oh, oh. Warbombe vorsieht. Oh, ab zum Weg. Oh. Alles crashert durch die Gegend. Also, wo gehen wir jetzt lang? In den Weg. Ja, ich nehm ne Shotgun. Ach ne. Hier sind Waffen. Hier sind Waffen. Shotgun. Ja. Und noch ne SMG. Und. Ja. Ich komm mit. Da ist noch ne Pistole. Wo sind die? Im Wagen. Komm mal. Da liegt jetzt noch ne Pistole. Dann kannst du. Weil du deinen Knüppel austauschen willst. Nein. Hier ist noch ne einzelne Pistole auch noch. Ja. Kannst du direkt hier auf zwei Pistolen umsteigen. Ich hab ja meine auch noch. Das hört sich nicht gut an. Das ist ein Hunter meine ich. Ja. Ach. Nice. Au. Wow, 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 wow. Lade nach. Schauen wir mal die Spritze rein. Lade nach. Lade nach. Ja, die Kumpel, dann einfach mal alleine. Mann, das tut weh. Ja, ist schön kurz, dass sie das weh tut. Oh, oh. Oh, ne. Oh, ne, ne, ne. Bitch, 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 bitch. Ich nehm da wie eine. Oh, oh. Ne Bitch, ne Bitch. Ja, hab ich doch gesagt. Und irgendwas grunzt ganz laut. Und irgendwas grunzt ganz laut. Und irgendwas grunzt ganz laut. Ich werde jetzt hier gar nicht von ihrem Bruder. Ich glaube, du kannst was gebrauchen. Warte mal. Danke. Deadpool verarztet John Marston. Auch super. Ja. Er will auf sie angreifen. Er will auf sie schießen. Ja. Wer für. Aufpassen. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Lade nach. Boah, wie Rochelle da einfach mal so geschitten, indem der Witz steht. Alter. Mich hat was. Danke. Wer ist denn noch? Lade nach. Lade nach. Oh. Oh scheiße. Lade nach. Ja, Mikros Hunde ist tot. Lade nach. Kriegt noch einen. Doch, weiter geht's. Ja. Oh, das erinnert mich doch an Silent Hill 2. Seid auf, Munition zu verschwenden, ihr Noobs. Pistolen Munition, die hält ewig. Aber nicht in Silent Hill. Boah, ich zieh gar nicht durch, hast du zum Blut. Lade. Boah. Lade nach. Boah. 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 Guckooší, gubbe extrem serviceYEAH. Kommt von mir auf. U. Boah. Looo Ooool. Bloomberg, Lade nach. Sollten wir weiter gehen Ja, wollt ihr auch was sagen Okay, dann mal los Scheiße, wir sind so gefakt Ich träume das nur, ich träume das nur Ist alles nur ein Traum Alles nur ein Traum Ich bin nicht so schnell, ich bin halbtot Okay Wir sind Kettensägel Oh, Chainsaw Brauche ich nochmal den Kanister hier Den kann man aber schon mal auf irgendwas werfen Ich glaube wir sind in Sanité Achtung, ist okay Ja Lade nach Verbandszeug Ja, hier ist Verband Ich nehme das Verbandszeug Nimm mit Ich kann die auch brauchen Bauen wir die mal rein Ich hab die Dings da auf den Weg gesch... Das ist zu Coole Axt, du hast die gefunden Bei den Kettensägen Wow Oh Boah, die ist geschreit, das macht mich Oh, fuck Ach, nur an Schokoladen Richtig Ich dachte, ich finde das wäre viel schlimmer Aber es ist den Weg verspärt Wer hat den Kanister? Ich hab Muri geworfen Und der hat wohl den Kanister getroffen Hey, Sigmund Hey, Sigmund Ja? Der hat gerade einen schönen Jump hingelegt Okay Komm man da wohl nach unten? Keine Ahnung Ich glaub mal keiner runter Ich glaub da liegt was Ich geh mal runter Also erstmal sind hier Zambis Und ich hör ne scheiß Kotztüte Nee, ist sicher nichts Auf anderen Seite? Ist auch nichts Hier hat wohl Sally durch mich durch getroffen Hier hat wohl Sally durch mich durchgetroffen Sag mal wo kommst du denn her? Aus der Hölle, bitte sehr Nee Guck mal, ob man hier ran kann, aber sieht nicht so aus noch nicht für den fall dass ich noch mal down gehe lieber aufbewahren ach so ja bestimmt da steht auch einer auf der straße ach ja ich habe ja die kettensäge alter mit was fließt die denn keine ahnung aimbot so sind die aber ein bisschen den politizitätsverkehr steigern rechts hier liegt was ja und schaufel ich will mal nach hauen durch ich glaube mir geht nicht so gut die ist extrem nonlinear eine pipe ist eine andere silent hill map die ist in den letzten kapitel ein bisschen am verkacken aber ist auch richtig nonlinear ja gut es ist silent hill was erwartet sie ist im ersten zeit nach empfunden die ja schon in den zweiten nach empfunden zu sein praise the gaben kentasche ist habe ich noch was für dich soll ich jetzt ja wir können dich jetzt gebrauchen mit ein dass wie ok wie Ich bin bereit zu sterben mmmmmmmmmmmmmmm Woher bitte Ich brauch sowieso nicht Wird schon nicht erschossen Achtung Oh Schon viel besser Jockey Jockey hat mich ! Super Jetzt n Rimmel Monster hier ist munition wo ihr bei mir warum rennt die alte gerade nie hinterher eine ahnung der kotzen da oben rum ich bin so ein boomer das war ich wie treffe ich immer Ah! Zunge! Hilfe! Danke! Wald gegen Kisten! Bist du im Adrenalin? Ja, was ist die Sputze denn? Kann was drin sein? Nice! Echt? Waze Lord Gaben! Jo! Haben wir die Kette gefunden? Ja, das sieht noch weg aus. Mach sie auf. Fach, 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 fach! Och, scheiße, bin ich jetzt schon wieder fast down, deswegen... Moment! Sehr gut! Aber wir müssen hier oben lang. Mir gefällt die Tür mit dem roten Leuchten nicht so wirklich. Mach mal auf. Lass uns dann doch erstmal umgucken. Mach mal auf. Nicht. Ach, die ist kaputt. Aber die sonst... Die... 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 Die sind rot. Machst du die ganz oben. Hier oben geht's weiter. Okay, hier passiert was. Oh, da war einer. Oh, hier. Hey, MediPack. Man kann aus dem Fenster raus. Hier geht. MediPack. Ich glaube, es ist der Weg. Ich glaube, es ist der Weg. Oh, mal kaputt. Unten das Brett. Sehr gut. Jetzt kommen nämlich gleich Leute. Ich hörste schon wieder. Oh, diese Sounds. Mein Fisch ist wirklich perfekt in Silent Hill. Wollen wir da auch noch? Wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Wo ist er, wo ist er? Ui, war schnell. Unter uns... Unter uns ist ein Spitter. Oh, oh. Und warum wird das hier so scheiß dunkel in der Ecke? Weil denn der Smokerspast ist. Weil denn der Smokerspast ist. Ich möchte fast... Wir müssen nicht so... Geht zu lang. Der Raum hier? Deine Option. Wer könnte das ja in Silent Hill? Äh, das... Das Brett einhauen. Ach ne, ist gar kein Brett. Hier, das Fenster. Da hab ich schon geguckt. Da müssen wir wohl runter. Keine Ahnung. Oh, da hinten. Oh, ich nehm einfach mal die Leiter hier. Okay. Und ich war nen Scheiß-Boomer. Ich auch. Wow, wow. Die Horde kommt. Das ist die Leiter. Am Ende der Treppe ist eine Leiter. Äh, der Plattform meine ich. Äh, hab sie eh. Oh, ja, die Horde kommt. Ah, lass mich wieder durch die Tür rein. Äh, mach mal schon. Gehen wir erst mal in der Kettensäge? Ich weiß aus, das ging jetzt hier weiter. Keine Ahnung. Einer oben, einer unten. Ach, wir sind jetzt in der Treppe weiter rein... Aha. Okay, wir sind in dem Stoffwerk niedriger angekommen. Und hier ist ein Krügelmonster. Ich hatte... Ja, so wir kommen hier durch Grunde. Wo? Ja, ich glaub, in den Püller waren wir auch so. Wir sind hier davon. Ja, okay. Hopp, danke. Hopp, danke. Was sind unten? Ja, das sieht mir so aus, als ob wir in den Keller. Leute. Aber wir waren doch hier schon, oder nicht? Wir waren nicht im Keller. Aber in den Keller. Geräusche! An so einem Keller. Wir kommen aus dem Keller. Was sind Keller? Hier. Oh, der Keller. Ja, hier müssen wir weiter. Spinnenweben. Typisch Silent Hill. Ja, hinter was und zwar. Ich nehm das Verbandszeug. Mann, zieh mir dem Ding woanders hin. Hey, wieso läuft das genau so? Ah! Dachte ich mir schon. Es wirkte schon so wie so ein Safe-Raum irgendwie. Ja. Fand ich auch. Ladevorgang. Mann, Vashel, du bist ja richtig böse auf den Tank. Hm? Ja, dann machen wir das wirklich jedes Kapitel einzeln. Ja. Der Feier ist angenehm kurz. Wie gesagt, die normalen Original-Kampagnen, die hat man ja ungefähr eine Stunde so durch. Ja. Das ist eigentlich immer normale Zeit. Ja, das ist auch Dinge. Und hier Cut.